Jürgen Klopp hat mit dem FC Liverpool eine schmerzhafte Niederlage gegen den Erzrivalen erlitten. Die Mannschaft des deutschen Teammanagers verlor das Prestigeduell beim Tabellennachbarn Manchester United am Samstag 1 zu 2, 0 zu 2, beide Tore für Man United erzielte Nationalstürmer Markus Reschford, 14., 24., im Rennen um den zweiten Platz der englischen Premier League vielen Ritts dadurch am 30. Spieltag zurück, 60 zu 65 Punkte, beide Teams liegen weit hinter Dominator Manchester City, 78, mit dem früheren Bayern-Trainer Pep Guardiola. Wir müssen in solchen Situationen besser verteidigen, erklärte Liverpool-Trainer Klopp und ergänzte, die zwei Tore haben das Spiel nicht gerade leicht gemacht. Einem Team wie United in der zweiten Halbzeit hinterher zu rennen, ist sehr schwer. Letzten Endes zählt nur das Ergebnis und wir haben verloren, Man United-Coach José Mourinho war dagegen sehr angetan von der Leistung seiner Mannschaft, wir hatten ganze Zeit Kontrolle. Deswegen denke ich, dass wir ferngewonnen haben. Dennoch sprach der Portugiese den Reds eine starke zweite Halbzeit zu. Reschfords Doppelschlag war für Liverpool im Old Trafford ein Schock. United hatte das Spiel aggressiv und effizient voll im Griff, konzentrierte sich allerdings in der zweiten Halbzeit auf Defensive und brachte Gastgeber selbst ins Spiel zurück. Abwehrspieler Eric Bailey, 66. unterlief ein kurioses Eigentor mit der Hacke, bei dem sich der Unglücksrabe auch noch verletzte. Für Liverpool sollte direkte Champions-League-Qualifikation trotz der Niederlage nicht in Gefahr geraten. Am Dienstag waren Ritz gegen den FC Porto, 5 zu 0, 0 zu 0, ins Viertelfinale der Königsklasse eingezogen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017